Priorität einer Anwendung ändern Windows führt standardmäßig Anwendungen nur mit normaler Priorität aus. Grund hierfür ist, dass mehrere Anwendungen auch parallel laufen sollten. Oftmals aber braucht man mehr Leistung für eine einzelne Anwendung. Wir zeigen, wie Sie einer Anwendung mehr Speicher zuweisen können. Drücken und halten Sie die Tasten STRG, SHIFT und ESC auf Ihrer Tastatur. Der Taskmanager wird aufgerufen. Im Taskmanager-Fenster werden die laufenden Anwendungen aufgelistet, wie hier beispielsweise Adobe Photoshop. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Es öffnet sich das Kontextmenü. Klicken Sie darin auf den Eintrag zu Prozess wechseln. Jetzt müssen Sie auch auf den Eintrag Photoshop.exe rechtsklicken, um erneut das Kontextmenü aufzurufen. Um eine Priorität für diese Anwendung festzulegen, wählen Sie Priorität festlegen und klicken im zugehörigen Menü auf den Eintrag hoch. Bestätigen Sie diese Änderung im erscheinenden Fenster mit Priorität ändern.